Hallo Kai. Hi, dass du da bist. Hi. Ja, freut mich auch. Prima, dass wir heute hier sprechen. Schön, dass es geklappt hat. Schön, dass wir heute auch persönlich zusammensitzen. Aber fangen wir vielleicht erstmal damit an. Wer bist du überhaupt und wie bist du zu Toos gekommen? Ja, Toos ist glaube ich ein bisschen zu mir gekommen. Ich bin schon längere Zeit bei Zeiss gewesen, als es bei Zeiss schon verschiedene Aktivitäten zu Datenbrillen und Augmented Reality im Bereich der Optik gab. Und wir haben dann 2016 entschieden, dass wir das konsolidieren und da ein richtiges Team zusammenstellen und starten. Und als wir mit der Optik so auf einem guten Weg waren, gab es dann die Diskussion, dass wir wahrscheinlich noch einen strategisch guten, taktisch gut aufgestellten Partner brauchen, der halt auch Kompetenzen hat, die wir nicht haben. Und mit der Telekom gab es 2017 auf dem Mobile World Kongress. Die ersten Gespräche, da war das alles noch ganz in der Anfangsphase. Und das war schon ein cooler Termin, weil wir uns relativ schnell in ein paar Minuten einig waren, dass wir da zusammen wahrscheinlich besser sind, als wenn jeder alleine irgendwo was baut. Und was die wenigsten wissen, wir haben hier in DevKit jetzt auf dem Tisch liegen, die neueste Version. Es gab dann schon 2017 ein geheimes DevKit-Programm, bei dem der Telekom und Zeiss bekannte Unternehmen schon mitgemacht haben. Und da wurde halt untersucht, ob wir besser in B2B das platzieren oder im Consumer-Bereich und so weiter. Und Ende 2017 gab es einen großen Vorstandstermin, da wurde alles präsentiert. Da waren ganz viele DevKit-Teilnehmer dabei, große Unternehmen aus Deutschland und Europa. Und das war so der Startschuss, um dann das Joint Venture tatsächlich auf die Reise zu schicken. Und so bin ich mehr oder weniger zu Toos oder Toos zu mir gekommen. Und seitdem sind wir da sehr erfolgreich unterwegs. Und jetzt dürfen wir es auch endlich zeigen. Ich erinnere mich auch daran. Also auf dem MWC haben wir dann ja auch zusammen die Partnerschaft vorgestellt. Und ich weiß es natürlich schon, aber erzähl uns doch noch mal ganz kurz, woher kommt denn der Name Toos? Zeiss und Telekom sollten sich wiederfinden, daher die zwei Buchstaben. Diese Infinitiv, diese unendlichen Möglichkeiten als Zeichen, ist halt einfach cool gewesen. Symbolisiert auch noch ein bisschen die Brille, nimmt es auf. Ja, und dann haben wir es halt zusammengefügt. Und dann hat man halt die drei Elemente, die jetzt maßgeblich für Toos waren. Und das funktioniert gut. Ja, cool. Und gib uns doch noch mal bitte gerade einen Überblick. Was sind die Funktionen? Was steckt dahinter? Wir sind halt gestartet, als es klar war, dass wir auf Consumer gehen wollen und nicht in dem B2B-Segment für industrielle Applikationen und so weiter, wo es auch funktioniert. Aber der Schwerpunkt ist halt klar auf Consumern. Und haben überlegt, zu welchen Use Cases ziehen denn so die Leute die Brille an? Und da war dann die Erkenntnis, dass eigentlich Leute die Brille schon anhaben müssen und einen zusätzlichen Nutzen über die Datenfunktionen eingespielt bekommen. Das heißt, die Rahmenbedingungen waren klar. Wir wollen ein Upgrade von normalen Brillen und nicht irgendwas bauen, was andersartig aussieht, sondern Leute tatsächlich sozusagen einen Mehrwert geben, wenn die die Brille anhaben. Und da gibt es halt die klassischen Situationen. Man hat Brillen an, weil man halt einen Sehfehler hat und den korrigiert bekommt, klar. Oder man macht Sport, Sonnenbrille ist ein Thema und so weiter. Das heißt, der Formfaktor war relativ klar definiert und wir haben versucht, so viel es geht an Technologie in den Formfaktor zu bringen, der immer noch stylisch ist, der vom Gewicht her total attraktiv ist und auch von den Formen einfach viel ermöglicht, weil eine Brille ist ein Lifestyle-Produkt. Das ist ein Personality-Gadget sozusagen. Das ist ein Statement und es darf nicht irgendwie so als als nerdiges Tech-Accessoire irgendwie im Gesicht rumhängen, sondern die Leute sollen sich damit gut fühlen und sollen auch im Alltag irgendwie komfortabel damit unterwegs sein können. Und so sind wir gestartet und haben dann, offen gesagt, auch so angefangen mit dem minimalistischen Ansatz. So wenig wie möglich erstmal reinpacken, um halt so viel wie möglich Formfaktor zu erhalten und dann ist es einfach auch über verfügbare Technologien gewachsen, dass Elektronik kleiner wurde, Batterien besser wurden und so weiter und so weiter. Das ist gerade in den letzten drei Jahren sehr stark oder da ist viel passiert in diesen in diesen Feldern und jetzt haben wir halt eine gut aussehende Brille, die mit Bluetooth connected wird und mit einem Handy. Die Intelligenz ist auf dem Handy, deshalb ist es natürlich auch für die Telekom total spannend von den Use Cases, weil ihr da halt wahnsinnig stark seid, was da alles funktioniert. Das heißt, wir haben eine Steuerungs App auf dem auf einem Handy laufen und diese Steuerungs App kann eigentlich jede Art von Content, die das Handy zur Verfügung stellt, in die Brille bringen. In der Brille oben sind Bewegungssensoren drin, es ist ein Mikrofon drin, es ist ein Speaker drin, das ist ziemlich cool mittlerweile und ansonsten zeigt die Brille halt diesen Content halt einfach nur an, den sie von dem Handy zur Verfügung gestellt bekommt. Und das funktioniert auch mit allen Smartphones oder gibt es da Restriktionen? Ja, nee, Smartphone-Restriktionen haben wir keine zum Glück. Es sind halt die zwei Betriebssysteme, die dominierend sind, das ist halt einmal iOS und Android. Wir haben jetzt am Anfang den Android-Weg gewählt, denn es ist nach wie vor ein Dev-Kit, das muss man schon noch so sagen. Also die Platzierung ist noch nicht als perfektes End-Consumer-Device aktuell, sondern es ermöglicht extrem viel aktuell für Entwickler und für die ist die Android-Plattform einfach attraktiver. Mit iOS ist man immer ein bisschen eingeschränkter, da wird nicht so viel erlaubt und in der Community ist es einfach auch schwieriger, da eigene Sachen zu entwickeln. Aber Hardware-mäßig, egal wo es drauf läuft, man kann auch ein Tablet nehmen, man kann die Brille per Bluetooth mit jeder Art von Handy, wo Android aktuell drauf läuft, koppeln. iOS geht auch, das schieben wir jetzt auch nach. Aber wie gesagt, für die Community ist Android einfach cooler, um es zu explorieren. Wir haben ein super cooles Feature mittlerweile da drin, dadurch, dass ein Speaker drin ist und ein Mikrofon. Wir können diese ganze Artificial Intelligence von Online-Services nutzen. Wie gesagt, es ist mit dem Telefon verbunden und alle beispielsweise Google-Online-Dienste, die mit Spracherkennung gehen, funktionieren jetzt auch über die Brille. Das heißt, Handy bleibt in der Handtasche, Brille auf der Nase und du kriegst deine Informationen sowohl akustisch als auch visuell. Können wir mal ausprobieren, ist ganz cool. Wochenende steht an, Wetterbericht beispielsweise. Auf Englisch hattest du gesagt, richtig? Ja, in dem Fall. Hey Google, show me the weather tomorrow. In Bonn tomorrow, it'll be mostly sunny, with a high of 72 and a low of 40. Mega! Ja richtig gut! Super! Ich finde, das ist auch, das war damals zum Beispiel bei der Google Glass oder so, war das ja noch so seltsam, dass du einfach irgendwie redest und ein Gerät reagiert drauf, ne? Aber ich finde jetzt, heute, hat doch jeder eine Alexa zu Hause oder was auch immer und da kann man sich das einfach, das ist so gelernt schon. Ich finde, das ist jetzt einfach die perfekte Zeit für so eine Technologie. Ja, und es ist auch was anderes, also wenn du jetzt irgendwo in der City rumläufst, Navigation geht ja beispielsweise auch. Und du sagst, ich hol mir so Kölner Dom oder irgend so ein Quatsch. Aber das macht doch jeder heutzutage. Genau, aber das ist natürlich noch mal cooler, weil dann weiß jeder oder dann sieht keiner, dass du da irgendwie der Touri bist, der keine Ahnung hat, sondern du sprichst halt einfach sehr diskret was und das Ding gibt dir das sowohl akustisch als auch optisch aus. Das ist schon nochmal ein Game Changer. Und das Alexa und alle Speaker sind dann mobil. Ja, und du hast auch die Hände frei, ne? Darum geht es ja auch. Hands-free, mobil, unsichtbar. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist die Brille wirklich jetzt so fertig in dem Sinne? Alles ist integriert, das, was Entwickler brauchen, damit sie auch direkt ihre Apps umbauen oder erweitern können und mit eurer Technologie kompatibel machen? Ja, es sind halt zwei Sachen. Also fertig tatsächlich für ein End-Consumer-Produkt, da sind wir tatsächlich noch am Optimieren, der ist man nie fertig. Wir wollen jetzt halt den Entwicklern, die jetzt auch echt extrem viel nachgefragt haben, halt jetzt mal was geben, wo die mit arbeiten können und wo wir auch mal Feedback bekommen. Wir waren jetzt, weil es technologisch nicht so ganz unanspruchsvoll ist, ein bisschen im Stealth-Mode und haben das mal gemacht, was unser Best-Guess war, also wo wir glauben, wo wir hinwollen. Und jetzt muss man dann auch mal den Kopf aus dem Sand und mal Feedback holen. Und jetzt schauen wir, was passiert. Die Feedbacks bis jetzt waren super gut. Ich weiß nicht so genau, ob es schon klar ist. Wir haben es in China im Dezember schon gelauncht. Das hatte regulatorische Gründe. Auch Corona-bedingt gingen in China, weil die relativ schnell ja wieder im Normalzustand waren, ging es schneller. Jetzt ist es in Europa da, aber was ich sagen wollte, in China ging das direkt so steil mit Use Cases und Apps und wir haben so viel Feedback bekommen, auch auf verschiedensten Plattformen, wo wir uns das Feedback auch geholt haben, wo Leute anfangen zu diskutieren, wo auch mal tatsächlich was Kritisches kommt, wo man sagt, ja, haben wir vielleicht noch gar nicht dran gedacht, dass in Asien beispielsweise der Nasenrücken anders geformt ist als bei uns, oder so stark anders geformt ist, was wiederum Auswirkungen auf die Optik hat. Das lernst du nur im Feld. Und da bin ich auch froh, dass Zeiss und auch die Deutsche Telekom auch den Mut haben zu sagen, wir gehen da jetzt raus. Das kann jetzt tendenziell keiner viel besser als wir, deshalb zeigen wir das jetzt und mit dem Feedback leben wir und machen es dann richtig gut für das Endprodukt. Das ist schon ein guter Ansatz. Und genau so machen wir es mit Initiate ja auch. Also das ist einfach genau das, also finde ich total toll, dass das jetzt so toll passt auch. Genau. Also das war natürlich ein Perfekt Match sozusagen. Als wir das gesehen haben, war jetzt klar, wir müssen da hin und ihr wart ja auch direkt dabei. Insofern, ja, Perfekt Timing. Mit dem SDK, das gebt ihr jetzt dann einfach so raus. Wie funktioniert das? Das kann man sich bei euch runterladen auf der Website? Exakt. Also wir haben auf Toostech.com und Toost.com, wir haben zwei Webseiten. Die eine ist mehr so Tech-lastig, auch für die Optik. Da gibt es ganz viele Insights für den Optical Engine, weil wir ja auch die Optik und das und die Elektronik anbieten, dass jetzt Partner sich selbst eine Brille bauen können, wenn die Frame Expertise haben oder Framedesigner. Aber für die ganzen Entwickler ist dieses SDK jederzeit zugänglich. Die müssen sich halt registrieren. Das ist halt aber eine rechtliche Sache, weil so SDKs nicht umsonst sozusagen ins Nirvana rausgehen sollen. Wir müssen schon wissen, wer es hat und dann können die damit arbeiten. Und wir haben lustige Sachen tatsächlich erlebt, wo wir am Anfang versucht haben, noch hinter verschlossenen Türen das SDK zur Verfügung zu stellen. Und dann haben sich Teams das runtergeladen, vor allem Startups. Die sind super schnell und nach drei Stunden haben die ganz stolz angerufen und uns gezeigt, was dann schon alles ging, wo wir auch nicht gedacht haben, dass die so schnell sind. Aber offenbar der Transfer von schon bestehenden Apps vom Handy auf die Brille, der ist super schnell und das SDK ist sehr stabil. Wir haben da eigentlich keine großen Probleme. Wir haben auch einen Software Support, also persönlichen Software Support. Wir haben Menschen, die Fragen beantworten in verschiedenen Sprachen. Und damit sind wir sehr gut gefahren. Da können wir gleich noch darauf eingehen, wer schon tatsächlich jetzt damit am Arbeiten ist. Ja, genau. Man kann also erwarten, dass da jetzt in Zukunft ganz viele neue Ideen und auch vielleicht unerwartete Dinge aus der Community kommen. Ja, ganz sicher. Es ist halt ein bisschen auch wie damals mit Smartphones. Die waren auch relativ pur am Anfang. Ja. Und welche Dynamik das sich mit oder mit Apps entwickelt hat, das war nicht absehbar. Und so ähnlich wird es hier auch sein. Dass man hands-free natürlich viele Sachen irgendwie besser machen kann in der Brille als jetzt irgendwie mit allen anderen Devices. Es liegt auf der Hand. Und da werden Sachen kommen, die wir jetzt noch alle nicht denken werden. Da bin ich mir ganz sicher. Vor allem, wenn man halt sieht, wie jung auch diese Entwickler sind. Also es sind halt Teams, da sitzen halt 18-, 19-, 20-Jährige. Die haben ja noch mal ganz andere Ideen als wir alle hier im Raum. Ja, und sind halt eben auch aufgewachsen mit dieser Technologie. Das ist alles so ganz normal. Also ich finde es super spannend und ich bin auch davon überzeugt, dass das bald in unseren Alltag integriert werden wird. Aber du hast es eben schon kurz angesprochen. Welche Use Cases habt ihr denn bisher? Also was habt ihr denn bisher da jetzt schon mit an Bord? Das Devkit bringt serienmäßig, also mit Auslieferung, schon ein paar Funktionalitäten halt einfach mit. Sprich, man koppelt es mit dem Handy. Alle Notifications, die man auf dem Handy bekommt, werden gefordert. Das heißt, Messages und so weiter sieht man da oben direkt drin. Man braucht gar nichts machen. Dann ist es ein tatsächlich voll funktionierendes Headset. Das heißt, ihr habt mich schon angerufen eben oder ich habe euch angerufen. Man sieht die Calls, man sieht das Bild von dem, wenn man es auf dem Handy abgespeichert hat, der anruft. Man kann damit ganz normal telefonieren, ohne dass es auch von außen sichtbar ist. Und auch diese Online-Services, gerade die Google-Services, funktionieren halt jetzt auch. Und dann hatten wir in dem Devkit auch Navigation und so weiter. Das sind so die Killer-Use Cases, die auch jetzt in der Breite sofort funktionieren. Die sind alle schon sehenmäßig im Devkit mit dabei. Und dann muss man auch schauen, wir überlegen jetzt auch gerade, dass man über eine Plattform auch Apps zugänglich macht, die mit dem Devkit entwickelt werden, wenn Entwickler das teilen wollen. Das haben wir nicht in der Hand. Wenn das einer nicht teilen will, okay, aber wenn jemand was Cooles hat, was er der Community zeigen will und die neigen eher dazu, es zu sharen, weil die werden alle mit diesem Open-Source-Ansatz groß, dann würden wir das natürlich auch allen bereitstellen. Dann kann man es runterladen und dann ist es sofort da. Und das sind so die Sachen, die jetzt schon laufen, wenn man das Devkit sozusagen in der Box bekommt. Du hattest eben auch gesagt, dass ihr schon mit Runtastic zusammenarbeitet, richtig? Exakt, ja. Es gab halt in der ganzen, in der ganzen Historie immer wieder Unternehmen, die an uns herangetreten sind, die das halt mitbekommen haben, weil es natürlich durch, durch die Deutsche Telekom und Zeiss auch eine große Erwährens hatte und die gesagt haben, jetzt kommt, gebt uns schon mal so die ersten Prototypen, wir wollen schon mal anfangen. Und wir haben das halt auch sehr aktiv dann aufgenommen, wenn wir gemerkt haben, dass die ziehen. Und Adidas Runtastic ist halt wirklich auch so ein, so ein super cooles Team. Nutze ich auch übrigens. Ja, vor allem das ist wirklich ein Use Case. Ich glaube, da spricht man eine breite Masse auch mit an. Klar. Und es sind halt alle Daten da. Also der Sprung von dieser jetzt schon existierenden App auf die Brille, der ist ein ganz kleiner. Das ist auch so ein Team, die haben das SDK runtergeladen, die haben sozusagen die ersten Tests gemacht, die haben dann Hardware, wir haben das denen geschickt mit Express, die waren, weil die so heiß waren. Am nächsten Tag war das da. Und dann haben die uns quasi am nächsten Tag schon angerufen und sind schon im Stadtpark mit der Brille mit der Runtastic Funktionalität in der Mittagspause gejoggt und haben das alles schon verprobt. Und da sieht man, wie leicht dieser Sprung ist und wie einfach es offenbar auch für Developer ist. Das haben wir gut hinbekommen, da sind wir ganz stolz. Und mit denen sind wir auch weiter dran. Da gibt es jetzt auch Überlegungen, wie so ein Design aussehen kann. Ihr habt ja schon so ein bisschen was auf dem Tisch liegen. Eine Brille für Läufer, Radfahrer muss ein bisschen anders aussehen vielleicht, muss auch getönt sein als jetzt die Alltagsbrille. Aber die Alltagsbrille von der Funktionalität, die wir jetzt als DevKit haben, funktioniert genauso. Also da bin ich auch ganz gespannt, was da jetzt noch für Anwendungen rauskommen werden. Ich glaube, da gibt es ganz viele Dinge, die wir uns auch noch gar nicht vorstellen können. Ja, wir haben das jetzt auch tatsächlich in der Pressemitteilung kommuniziert. Die sind dran. Da haben wir auch nicht dran gedacht. Es gab eine Anfrage aus Dresden vom EKFZ, von dem Gesundheitsmanagement dort. Die machen die digitale Patientenakte an dem Universitätsklinikum in Dresden. Da ist der Professor Hampe. Die haben ein super starkes Team, die sich um Digitalisierung von Patientendaten darum kümmert. Und da ist dann halt die Frage, wenn alle Daten dann digital da sind, macht es auch keinen Sinn, dass der Arzt im Krankenhaus mit der guten alten Papierklatte rumläuft. Und die haben recht früh mit uns angefangen zu gucken, ob so eine Brille funktioniert. Und die funktioniert. Das heißt, der Arzt betritt irgendeinen Raum, das wird über einen Bluetooth-Beacon oder so getriggert. Dann bekommt der Patientendaten und beispielsweise ganz banale Sachen, dass der Arzt reinkommt, sagt Guten Morgen, nennt den Namen des Patienten, weiß relativ schnell, welche Diagnose der hatte, was die letzte Medikation war, welches Problem und so weiter. Das funktioniert super. Und die sind da auch nach wie vor super engagiert. Und das ist natürlich an so einer Schnittstelle. Der Arzt darf nicht jetzt irgendwie aussehen, als ob er da irgendwie ein technisches Gerät im Gesicht hat. Trotzdem ist es eine medizinische Anwendung. Die muss sicher sein. Das ist sichergestellt, weil die Brille eigentlich nichts kann, sondern wie ein sicheres Android-Handy mit einer Medizin-App draufläuft. Und das sind so Sachen, da hätten wir ja vor drei Jahren nie dran gedacht. Das ist jetzt gerade auch mit Corona. Hands-free ist ein Riesenthema. Der muss sich nicht irgendwie was anfassen, um Daten zu holen. Der kommt rein und kriegt hands-free mit desinfizierten Händen die Daten. Und das ist ein Riesenthema jetzt gerade. Und das wird gerade in diese ganzen Lifestyle, Bioscience, im Labor, in Krankenhäusern, da wird in diesen Technologien, glaube ich, schneller rein diffundieren, als wir das alle tatsächlich absehen konnten. Ja, super spannend. Ich werde es auf jeden Fall beobachten, auch für mich persönlich, weil es sind Dinge dabei, die ich jetzt schon nutze und merke, das würde mir das nochmal einiges erleichtern. Wir freuen uns, dass du da warst. Vielen, vielen Dank für das Interview und dass wir auch wirklich heute persönlich noch mit uns zusammenkommen konnten. Wir freuen uns, dass du dich entschieden hast, mit der Brille auch zu Initial zu kommen und wünschen euch weiterhin viel Erfolg. Vielen Dank. Ja, danke euch. Ich glaube, das wird jetzt erstmal spannend, wie eure Community das aufnimmt. Dann werden wir wieder viel lernen und das dann umsetzen. Ja, und zum Serienprodukt treffen wir uns dann hoffentlich bald wieder. Das wird nicht mehr zu lange dauern. Sehr gerne. Herzlich willkommen.